moin moin herzlich willkommen heute mit dem thema fitting und hier auf dem bild haben wir schon das erste exotische modell das ist so ein ja ich nenne immer schnellverschluss moment man nimmt einen schlauch ich meine es sind die größen acht millimeter außen sechs millimeter in also 8 6er oder 10 8er ich bin mir nicht hundertprozentig sicher man brauchen etwas festeren schlauch drückt diesen rein auf jeden fall dichtet er sich denn ab wenn man ihn lösen möchte dann muss man dieses diesen blauen ring der da drumherum ist ja ihnen das mal vorhaut die zieht man zurück und dann kann man den schlauch wieder raus machen das ist aber kein schnellverschluss wenn man den schlauch ausmacht dass da kein wasser rauskommt danach gibt es eine sauerei wenn man das im befüllten system macht der nächste etwas exotischere also die sieht man schon öfter als diese schnellverschlüsse ist etwas das funktioniert quasi ohne sicherung also es gibt welche man kann dann noch ein ring drüber machen und diesen fest machen aber in der regel wird der schlauch dann nur drüber gesteckt und der ist dann so fest dass da nichts raus läuft also nichts nebenbei läuft und der sich nicht löst ich weiß es gar nicht ich gehe mal davon aus bis bis ein bar mag das so funktionieren und drüber hinaus hätte ich persönlich schon wieder ein bisschen angst also ich habe diesen diesen noch nie benutzt den ersten jahr aber dieses modell hier noch nie also ein bar ist sowieso utopisch dass das wenn die allerwenigsten in ihrer wasser kühlung haben weit drunter ist der normale betriebsdruck ausnahmen mag es natürlich immer geben in beide richtungen jetzt kommen wir mal zu dem modell das wahrscheinlich 90 bis 95 prozent der soft tube user benutzen das ist quasi wie der eben auf dem bild nur per gewinde kommt dann noch eine überwurf mutter zum zum kontern wird dann noch aufgeschraubt damit sich der schlauch nicht lösen kann ganz ganz simpel idioten sicher und für jeden anfänger absolut zu empfehlen weil da passiert in der regel gar nichts die halten auch wenn man mal dran rumzoppelt ohne probleme das aus und das hier war ein altes modell ich glaube ich habe den schon über zwölf jahre 2 euro 50 oder oder das 2 euro 90 hat so ein anschluss damals gekostet sehr simpel und wenn jemand damit anfängt mit einer wasserkühlung dann kann man auch zu sowas günstigen greifen funktioniert und bitte nicht so auf die finger achten ich bin gerade aus der badewanne gekommen habe mir nicht eingecremt und ich habe so trockene finger und das sieht echt noch doppelt eklig aus auf der kamera das hier ist jetzt ein ek für fünf oder sechs euro das stück ich weiß es nicht mehr bloß nicht mit der zange dran rumfummeln die haben in so einen für den innenbus damit kann man die lösen wer da mit der zange bei geht der verhunzt die meistens nur und das sieht ja nicht mehr schön aus generell alles nur handfest anziehen nicht mit werkzeug denn nach fest kommt ab so wie es halt unterschiedliche fitting in verschiedenen farben gibt gibt es auch unterschiedliche schläuche die schläuche unterscheiden sich dann halt an material und und eigenschaften sowie weichmacher der biegeradius ist unterschiedlich je nach material die knicken schneller ein oder können ganz ganz engen radius bilden die dicke spielt natürlich auch eine rolle ich persönlich benutze immer 16 10er weil ich habe keine lust dass es aussieht als hätte ich spaghettis im system hängen wenn man da zehn achter benutzt oder so dann sieht das echt aus als hätte jemand nudeln reingeschmissen und wenn man kein fenster hat kann man das machen aber für mich würde das jetzt nicht in frage kommen noch früher hat man sich geholfen mit so einer spiralfeder die man über den schlauch stülpen konnte und dann sind die nicht mehr eingeknickt dann konnte man auch einen engen radius realisieren und die feder hat dann dafür gesorgt dass er nicht wegknickt ich weiß gar nicht ob das heute noch benutzt wird ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen wie gesagt das ist auch eher eine sache glaube ich wenn man schläuche außenlängs führt oder halt ein pc hat der kein fenster hat ob man das sowieso nicht sieht dann kann man das immer machen dabei farbzusetzen sollte man natürlich noch beachten dass die schläuche über die zeit dadurch natürlich auch nicht mehr so schön aussehen ne wenn man jetzt einen klaren schlauch benutzt dann kann das auch sein dass durch diverse farbzusätze dass der halt einfärbt irgendwann und nicht mehr schön aussieht sollte man auch ein bisschen mit im hinterkopf behalten wenn man das system länger benutzen möchte und natürlich wenn ich hier unsinn erzähle oder jemand andere erfahrungen hat immer gerne in die kommentare ne das ist hier keine wissenschaftliche arbeit oder so das sind einfach nur erfahrungswerte die hier wiedergebe und warum ich bei bestimmten dingen so handel ich bin jetzt nicht 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 das allwissen irgendwas sondern wenn jemand andere erfahrungen hat andere ideen hat was zu ergänzen hat was vielleicht wichtig ist gerne in die kommentare genauso wie kritik oder so wenn sich das umsetzen kann dann mache ich das immer gerne nicht nicht scheuen da rein zu schreiben digga nur scheiße gesammelt kein problem also hier im überflug waren jetzt noch mal ein paar adapter winkel verschiedene fittinge damit man das vielleicht mal gesehen hat obwohl jeder kennt den das portfolio von case king oder oder aqua tuning oder so jetzt noch mal ein blick auf hart tube fittinge da bei mir ja jetzt im system hart tubes zum einsatz kommen gucken wir uns diese auch mal kurz an die sehen nämlich etwas anders aus wie soft tube fittinge die hart tube fittinge haben innen dichtung diese haben soft tubes fittinge nicht was ja auch logisch ist da die tube oder ja der hart tube die pipe muss ja abgedichtet werden nach außen und dichtet sich dann in dem fitting quasi ab ich denke man sieht das ganz gut hier dass es abgedichtet wird es gibt natürlich auch noch petg oder acrylrohre ich selber persönlich sitzt auf acrylrohre die können ein bisschen mehr hitze ab petg ich müsste jetzt lügen ob es bei 60 oder 80 grad schon sein kann dass die dichtung nicht mehr passt da die ja weich werden und ich benutze eigentlich am liebsten acrylrohre es gibt natürlich auch glas kupfer messingrohre da sind der fantasie kaum grenzen gesetzt und der kreativität natürlich doch diverse adapter die einem das biegen von hart tubes ein bisschen einfacher machen ich habe hier nochmal zwei schicke beispiele die recht exotisch sind diese sind auch dicht ich hatte die schon mal kurz im einsatz manchmal traut man dem braten ja nicht wenn da so viele gelenke zwischen sind aber es funktioniert solche ich nenne sie mal blindstopfen sind auch manchmal ganz hübsch und geben dem system vielleicht noch den letzten schliff ich habe die auch nicht überall drin aber wenn man es wenn man eine neue kühlung plant oder baut dann sollte man diese gleich mit berücksichtigen gerade wenn man eine scheibe hat und der rechner oben auf dem schreibtisch sitzt das sieht dann doch schon ein bisschen stimmiger aus und am ende noch mal eine kleine übersicht mit fitting beziehungsweise anschlüssen ein paar adapter 45 und 90 grad wer zum ersten mal eine wasserkühlung baut mit soft tubes der kann auch ein paar winkel kaufen bei hart tubes ist es aber enorm einfacher wenn man ein paar mehr winkel hat weil dann biegt man sich da keinen wolf generell würde ich sagen für anfänger soft tubes wer noch nie irgendwie mit wasserkühlung vorher in berührung gekommen ist all in one wasserkühlung lasse ich mal außen vor der sollte nicht gleich mit hart tubes anfangen der sollte erstmal eine grund erfahrung haben wer jetzt meine empfehlung und mit soft tubes anfangen weil die sind idioten sicher damit kann man erfahrungen sammeln so hier am ende sieht man nochmal wofür der metallring gut ist der da auf dem bild mit zu sehen ist der wird in die soft tube fittinge mit eingeschraubt und dann gibt es ein bisschen farblichen kontrast es gibt wunderschöne systeme mit hart tubes aber es gibt auch wunderschöne systeme mit soft tubes da sollte man sich nicht beirren lassen das kann beides gut aussehen man muss sich nur ein bisschen mühe geben ich habe jetzt auch nicht das schönste system ich gebe mir ein bisschen mühe wenn ich ihn jetzt umbau aber ich hoffe es war einigermaßen interessant vielleicht ein ganz klein wenig informativ und wünsche noch ein schönes wochenende bis dann auf wiedersehen